Liebe Freunde, ein großes Thema ist heute die Unfälle mit Tieren und mit Katzen hier in Slowenien und vielerorts sind die Bergstraßen. Die Leute fahren sehr schnell, wie man hier sieht. Die Leute veranstalten eigentlich Rennen und die Tiere, die überfahren werden, die man sieht, lässt man einfach auf der Straße liegen und niemand beerdigt die Tiere. Eines dieser Tiere, diese Katzen haben wir jetzt hier, wie man sieht, noch ein bisschen beerdigt. Es ist an der Zeit, dass man hier in Slowenien, wie auch in vielen anderen Ländern beginnt, in der Schule zu lernen, wie man Rituale macht mit Tieren bzw. wenn Menschen Tiere überfahren, dass man diese Tiere dann anständig beerdigt. Man sieht hier in Slowenien eine einzige Überdüngung der Felder. All diese Felder werden hoffnungslos überdüngt und alles an Tieren, an Tierwelt, an Insekten stirbt dadurch. Am Schluss steht dann der Mensch, der Nahrungskette und am Schluss stirbt dann der Mensch. In der heutigen Zeit der Umweltverschmutzung sind im Jahre 2015 10 Millionen Menschen an Luft- und Wasserverschmutzung verstorben. Diese Art der Düngung, der Kaputtmachung der Felder, eine Verwüstung der Agrarflächen in Europa sehen wir heute auf 95 Prozent der Agrarflächen. Man kann nur sagen, Menschen, Menschheit denkt nach, ihr Landwirte, ihr Bauern denkt nach und überlegt euch, ob ihr die Natur weiterhin zerstört, die Insektenwelt, die Naturwelt, die Bienen, die 80 Prozent aussterben und später dann eure Kinder, die aufgrund Glyphosat als Autismuskinder auf die Welt kommen, mit Parkinson, mit Alzheimer. Wir sehen, dass die Altenheime überfüllt sind und ich denke, es ist an der Zeit, dass man nachdenkt, dass man diese schöne Natur für die Nachwelt der Kinder nachhaltig bewirtschaftet und gesunde Nahrungsmittel und organische Nahrungsmittel produziert, frei von Chemie. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre die Menschheit lernt oder ob die Menschheit weiter ihrem Untergang entgegen geht. Mit einem schönen Gruß vom Team Planet Repair aus Lawenien. Ja, wer bist denn du? Komm mal her, mein Freund, komm mal her zu mir. Komm mal her. Wer bist denn du? Bist du hier der Wächter? Bist du hier der Wächter? Ja, ja, du bist der Große. Na, komm mal. Ja, der Hund hat seinen Teil dazu gegeben. Ja, der Hund hat seinen Teil dazu gegeben.